hallo herzlich willkommen hier auf dem kanal im ls22 zu einer weiteren folge my friend mb in the country break und ihr glaubt es nicht schreibt es euch im kalender auf schreibt es euch auf die stören dominik ist wieder da weg in der haus hallo alter scheiß haus ja 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 ich hab schon immer ich hab gesehen dein nachbar doch hat ein schönes auto ja immer noch und fast die karne dann doch die bei jetzt probieren gar nichts machst du ich hab die erlaubnis aussteigen dominik steig aus ich habe den nachbarn geredet steig aus steig aus ich habe mir den nachbarn geredet der reiste den koffer wenn du mit fährst noch die tier zu steig aus und ich steig aus ja mein gott guck dir mal die tür an steig ist aus dumme nicht steig aus macht doch zu ein schweizkampetex es ist unfassbar ja wo steht mein kollege die machen die tür an die ist in ordnung mein gott weiß ich teuer das wird du hast gar nichts mehr kommen jetzt sonst kriege ich gleich einen hochdrucksanfall was ein hochdrucksanfall oh hier der drescher ist da die ernten jetzt endlich unser zeug mhm uns ist hoher boden ja ja dumm dominik ich hab die letzte tage wieder fleißig gearbeitet mir ging dir zunächst wieder geld vom Herrn wolf das kenne ich nicht anders von dir oh ja ich arbeite und du machst das geld wieder fährst du mit dem auto hier rum ich war auf fortbildung ich bin jetzt ein du Junge was hast du denn vorgebildet in zwei Wochen kriege ich mein zertifikat für äh nachhaltigen energiefonkmanager was machst du energiefonkmanager ja da kriege ich auch eine urkunde damit ich das gemacht habe kannst du denn die elektrik bei uns machen oder was na dann bin ich für die ganze Photovoltaikanlagen zuständig ach du solarfuzzi ja genau oh was macht denn der neuhaus hier moine neuhaus grüß dich alles gut ja alles gut was machen sie denn hier ich habe gerade meine Mehlfabrik mit dieser bestückt wie ist das ihre ja das ist meine ist das hier in ihrer fabrik boah das ist eine sehr schöne Kombi der Ding und das Eier und hier meinen sie Mehl oder was jep boah geile das frische Brot ja aber nicht für Mehl das ist Mehl verwendet werden ja heller was machen sie hier rein Weizen oder was machen sie Weizenmehl ne äh Hörsenmehl Hörsenmehl mhm boah mit einem dicken Unimog davor das ballert he ja aber knapp 40cc das zahlt schon ganz schön aber ganz schön mit 240 PS ja der ballert doch auch ein bisschen Dominik Finger weg ich weiß dass du schon gleich einsteigen wolltest ja ok ich geh ich schon tschüss ja aber ist er wahrscheinlich ein bisschen überamissioniert für das Feld keine Ahnung was der als Lohr nimmt ich dachte hey der ist gerade so ausreichend eigentlich noch ein bisschen größer ich hätte ja auch noch einen bei mir der hätte ein 10m Schneidwerk ja der wird schon eher hier zu passen zu dem Feld wer ich da hatte das Feld äh irgendwo stand das mal ja so klein das wird gar nicht angezeigt nein äh warten sie kurz keine Ahnung irgendwas um die 0,79 Hektar oder so also relativ groß ja relativ und so wie sie hier drüben da kriegen wir auch locker 50 Ballen raus ja also ja also wenn sie brauchen ich kann mein Rasenmäher vorbeibringen aber einen zum sitzen weil selber schieben nee zu laufen oh scheiße oder den Motor-Sensei ja wobei ich sag einfach Dominik mehr mal Rasen macht das wie du gerne 450 Hektar hat das Feld Alter guck mal wie riesig das ist das ist gar nichts da ist mehr vorgehalten Größe ach Dominik ey du hast auch echt seitdem du kurz vor dem Zertifikat bist ey bist du nur noch abgehoben macht ja keinen Spaß ja Neuhaus wann kann man denn bei Ihnen ein bisschen Mehl da oben abholen jetzt produzier das können sie Sojabohnen auch gebrauchen Sojamehl nee kann ich nicht gebrauchen nicht Weizen Gerste der Haft ja das ist schlecht sonst hätten wir Ihnen grad die Sojabohnen verkauft ich glaub das ist eh nicht allzu viel ach was reicht doch vollkommen für das bisschen Mehl da ich glaub da wird nicht mal ne Palette zusammen kommen bei dem ach was optimistisch müssen die sein ich bin immer optimistisch naja klar ja demnächst holen wir uns vielleicht demnächst pachten wir uns vielleicht nochmal ein Größeres also etwas Größeres wir gucken gehen wir auf 0,2 Hektar oder? ja vielleicht sogar auf 1 Hektar ja 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 da gucken sie aber ja wie neu aus also ja knapp drunter in meinen Feldern was bin ich mit meinen Feldern ja knapp drunter ja wenn ich mich gedanken mal Dominik lass den Herr Neuhaus in Ruhe Dominik red mal kurz mit dem Neuhaus ich muss mal kurz den Lohnunternehmer anrufen was hier los ist jo Herr Neuhaus wie geht's Ihnen denn so? gut gut und Ihnen? ja ah sehr gut und haben Sie das gekauft die Produktion wieviel hat die gekostet? oh Gott ich habe schon so lange ich weiß nicht mehr wie ich koste es nicht machen Sie Füllumsatz mit denen oder haben Sie viel zu tun? mit der Fabrik? ja naja eigentlich es ist eigentlich nur bei Füllen und dann die vollen Paletten wegmachen und fahren mehr so sind also Dauerbetrieb sozusagen ja mhm wer ist denn das da? der Herr Kirchbaum der Lohnunternehmer mhm mhm ein bisschen überarmationierten Drescher ja ein bisschen viel ja für das vielleicht schon das sind sie ja das sind sie ja dann haben wir den letzten Server nur intern gekauft mhm haben Sie den gekauft oder gleased? gekauft ein letztes 70 habe ich mir gekauft wie flammt geht es heute für den? äh insgesamt glaube ich für 350.000 oh das geht Dominik ja oh du musst aufpassen ich werde uns reinfallen in der Rücken ne ich weiß wo geht der hin? wo geht der hin? ne ich weiß nicht warum der jetzt ah man kann ja auch durch den Hof fahren Mensch au weh au weh igele au weh was macht ihr denn jetzt hier? Dominik pass auf ich steu kurz mein John Deer Backeweg das ist nicht dein das ist meiner ja deine Ranzkarte steht da unten hier lang was haben wir denn hier? hier lang ja der Herr Vogel der ist ein bisschen riskier Herr Vogel ja der Dominik ist immer ein bisschen riskier aber kommen sie hier unten lang und dann hier können sie anfangen bei dem großen Feld ja meine Frage ne ein bisschen überamizioniert mit so einem Drescher oder weißt du nicht ey der ist viel zu klein eigentlich hierfür wir haben nur so einen Drescher aber extra wie sie sehen ein kleineres Mädchen hä hä wollen sie heute länger dafür brauchen wir was ja wollen wir so los gehts Abfall schauen sie sich das an was boah Dominik guck wo der ist guck mal ein Vorgewände Vorgewände im Feldweg ich glaub Vorgewände lassen wir heute aus dann weiß man ey pass auf der Nachbar ist sehr angepisst davon dass wir das hier machen hier drüben das war ganz schön gut mit der Hecke wir müssen mal sagen wie weit ich mal fahren kann jetzt pass auf mit der Hecke der hat mir gesagt wenn die Hecke kaputt gehen muss ich viel zu sagen das wollen wir ja nicht dass ich jetzt sagen muss ne reicht mir schon die Rechnung die zu uns kommt ja ich glaub das teuerste ist auf jeden Fall die Fahrtkosten ja auf jeden Fall glaub ich so 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 aber wie soll ich mich hier wenden also Herr Seidebacher was haben sie sich für ein Feld geholt hä das ist ein Topfeld pass auf pass auf ey fahren wir bloß nicht ins Auto rein sonst haben wir ein Problem jetzt ist früher bei unserem alten Dorf ist mir schon einer hinten in die Knappe rein gefahren das ist ja ganz blöd mit dem Traktor ja da war ich auch sehr sauer das ist ja blöd ja Dominik holst du noch die Schubkarre jetzt hol der Schubkarre jetzt hol der Schubkarre ja jetzt ein ja jetzt ein wir holen gerade die zweite Schubkarre ach was keine Schubkarre Dominik sollst du die Schubkarre holen die kann ich nicht anheben die sind betoniert mein Gott bist du schon wieder so schwach oder was ja dann gucken dass wir so hin ihr Feld ist zu eng ich muss jetzt rückwärts fahren statt wenden nicht ins ach ich sehe gerade das dumme nix eins wenn du in meine Karre fährst oh 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 ich kann ja fahren Vertrauen sind immer ich weiß ich weiß das ich weiß das wir müssen knapp 20 20 oder 30 Hektar sind hier ist ja ernte hinter das ist ja nichts gucken sie mal hier das ja an soll ich sagen wie viele Liter sie schon haben wie viel 550 550 Monik was ist denn ich wollte doch nur damit der Knacker da weg so wahnsinn dummes Reng hier eigentlich das engste Feld was ich nicht lang bearbeitet würde ich sagen ja auch das kleinste glaube ich ja das sowieso das ist das nächste mal geben sie denen einfach zwei handsetzen ja eigentlich auch das schläge und dann so wie im mittelalter und dann abfahrt ja ich bin allerdings körperliche Arbeit das ist das größte Pferd das ich überhaupt haben kann hier sind mehr Reifenspunden als Soja Wurm glaube ich hey hör auf mein Feld hier zu kritisieren Dominik sag du auch noch was ihr Feld ist ja super wir geben hier Feld ja also sie verdienen ihr Geld damit ja die haben ihr Geld pass auf die Hecke auf ja die Hecke alles gut der Rest mit dem Kopf auf den Nachbarn Julian wir werden ja in Zukunft sehen nach meinem Zertifikat oder aber schauen wer dann am meisten verdient gell äh ich immer noch weil ich das Geld hier verdiene und du die ganze Zeit das ausgibst also du weißt aber schon wie viel wert das Zertifikat ist gell 2 Euro Stundenlohn von so an 190 Euro Neujahrs das müssen wir mal sagen mit dem der das Zertifikat hat der ist wo abgehoben der ist wirklich der denkt hier etwas besser ne meins die Leute ey Dominik sag mal ne mein neues was sie für ein Zertifikat jetzt mittlerweile haben was ihr für ein Zertifikat habt ich bin doch der einzige der in der ganzen Region da die Dachflächen bestimmen kann wo eben dann muss ich mal ein Zertifikat drauf das bringt mir genau was ja und dann dann muss ich mal ein Zertifikat ne ich meine das Zertifikat ja sonst darf ich das nicht machen ne ich kann doch selber aussuchen wo auf welches Dach mal die Dinge drauf kommen ne da muss man ein Zertifikat drauf das muss ich machen das ist so geil naja also kannst du nicht einfach sagen du kannst ja drüber auf deine Anlage Ding drauf machen das muss Dominik kommen da muss ich jetzt sagen dass wir da drauf machen jetzt kommt mit in mir der Arbeit also herr Seiderwerer hier rein hier rein bitte hier einmal rein Vorsicht deine deine Vorsicht muss auch treffen oh ja oh ja ist voll in die nächste ist auch in die nächste Auto warten Sie ich fahr nach hinten mach mal rein hier fahren Sie mal drunter fahren Sie mal drunter ich fahr drunter warte wenn was übrig bleibt haben wir ein Problem glaube ich die Schubkarre dann muss Dominik doch die Schubkarre holen hol mal den Eimer ich hab keinen Eimer ja die Schubkarre die passt doch auf Mann ey die ist hier festgerostet naja was machen wir jetzt mit den 38 Liter ja schmeiß die einfach bei uns auf den Hof wenn du hier rüber fährst dann kann ich versuchen nicht bei mir das ist ja nicht scheiß grad ey steig raus komm ne komm ne komm ne ey ehrlich so also Herr Seiderwerer wo darf ich die 38 Liter Soja wohl hin können hier einfach auf den Hof ok ok müssen Sie kurz warten aber bitte auf den betonierten ok nicht aufs Gras ich aufs Gras wieso aufs Gras? Eierkopf ehrlich so passt schon so dann danke ich Ihnen für die Ernte wow genau ins Eck macht das ja ma hey Herr Kirschbaumbus das ist aber nix gell wo wo hast du denn das hingemacht? willst du mich verarschen? das liegt schön in der Ecke hier das ist geschützt das ist aber ein bisschen ey das gibt schon mal 50 Euro Abzug was für ein K war das hier eigentlich normal schon wieder ganz vergessen das ist das Held 63 Held 63 sehr gut oh mein Auto meine automatische Rechner hat den Preis ausgespuckt wollen Sie den wissen? Kurva wenn zu viel ich zahle nix 218 Euro was? Junge du bist jetzt zweimal mit einem Drescher drüber gefahren zahl ihn jetzt die 200 Euro und fertig ist gar nix der hat solch uns in die Ecke gekippt dann mach mal eine Rechnung Kurva Kurva ich will Rechnung zahlen ja bleibst stehen das war's eben in der Folge ich hoffe es hat euch gefallen das gerne like und haute bis nächstes mal wieder Spaß bis dann tschüss 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 tschüss